Wussten Sie, dass der allererste Film einen schwarzen Mann auf einem Pferd zeigte? Und dieser Mann ist mein Ur-Ur-Großvater. Ur. Da kommt noch ein Ur-Großvater. Deshalb sagen wir auf der Hayward Ranch Hollywoods einziger Pferdetrainer-Ranch in schwarzer Hand immer, dass wir seit dem Moment, als die Bilder laufen lernten, mit dabei waren. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein schlechtes Wunder. Gibt es ein Wort dafür? Nein, nein, nein. Nein! Nein! Ja! 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 Ja!